So, und was machen wir mit den Zweiern eigentlich? Mit denen können wir eigentlich mal hier runterkommen, oder? Die Zweier zerstören diesen Turm. Da gibt es schon wieder Kanoniere. Kavallaristen. Ach, wobei, eigentlich können wir mit den Zweiern bloß da hinfahren. So, die Mauer würde ich gerne hier abbauen. Super, und dann hier... So, die Mauer... So... Uh, dann ist mal die Frage... Ob wir jetzt diesen Turm zerstören... Es ist doch nervig... Super, okay, die ganzen Kack-Schiffe sind immer noch nicht repariert... Äh... Tolle Sache... Okay... Also, wieder mal... So, ihr seid Steuerung 1... Schon wieder... So, ja... So, das rein... Okay... So, das ist... neue einheiten sind bereits ja ist gut glaubt spielstand gespeichert warum das gerade so so massiv neue soldaten sind verfügbar nicht dann lassen wir das halt so warum das so massiv ätzend ist gerade mit dieser abstützeritis habe ich keine ahnung so das heißt du kannst hierher du kannst hierher du kannst hierher ich sagte du kannst hierher wunderbar dann kann man den abreißen speichern gesichert so ich bin ein bisschen genervt das merkt ihr wahrscheinlich gerade eine einheit wurde ausgebildet dahin 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 und dahin so super du bist hier unten du bist noch da ok kann man wegschmeißen kann man wegschmeißen kann man wegschmeißen dann fahren wir hier rüber ein schiff wurde repariert das ist gut welches war es dann reparieren wir dich die raten greifen euch an neue soldaten sind verfügbar du darfst nach hause ein schiff wurde repariert dann bist du fertig dann bist du repariert da 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 so gesichert wunderbar ok das schiff hier wird gerade repariert die hier sind die zweier das hier ist bald fertig du bist dann hier angekommen dann können wir hier sagen ausladen und ausladen und dann gehen wir nochmal dahin oh er ist unter 400 einwohnern ach kommt jungs musste es echt sein so da sind wir wieder vielleicht klappt es ja heute mal irgendwann so der ist noch auf der fahrt hier runter ja da waren wir noch nicht voll das ist dann das schiff so dann laden wir hier mal aus und laden hier mal aus und dann fahren wir mal dahin so so weit waren wir und dann waren wir hier oben und haben festgestellt oh ja komm dann speichern wir hier doch nochmal du bist steuerung 1 und dann greifen wir dich nochmal an so und wir speichern mal spielstand gespeichert tschüss so hier oben hatten wir diese eine kasane schon geleert der ist fertig den können wir auch dann dahin tun und dann würde ich sagen reißen wir die kasane auch ab genau so sag ich hier nochmal speichern wir müssen echt jeden Pups speichern das ist so ätzend so perfekt gut dann können wir eigentlich jetzt hier hoch gehen und ein paar kanoniere und sonstige konsorten einpacken schiffsreparatur beendet wunderbar kannst du jetzt da runter und dann bist du auch bald fertig oder? so das sind dann steuerung 3 eure flotte ist um ein stolzes schiff reicher okay ich habe gerade den ton umstellen müssen weil hier natürlich wieder blödsinn war so dann kann ich dieses schiff hier jetzt auch mal ausrüsten und wieder zurück von mir aus dann kannst du da runter und dann willst du gefälligst repariert werden dann sage ich hier steuerung 2 und dann sage ich hier wenn ich steuerung 2 gesagt habe spielstand gespeichert und dann würde ich mal sagen diesen befummelten turm wollten wir weg haben die Einwohnerzahl sinkt und sinkt das ist echt schön also wir sind schon unter 400 das finde ich gut gesichert dass ich jetzt permanent speichern muss finde ich nicht so gut aber ok ok du kannst eigentlich noch 2 machen weil du noch 2 kanonen da hast für kanonen habe ich eigentlich noch 15 ihr werdet von piraten angegriffen ok also dann gehst du dich mal wieder reparieren du hast keine route nein hast du nicht das heißt du bist wahrscheinlich genau ja die eskapade du bist wahrscheinlich genau das schiff dieses eine schiff so die piraten gehen mir grad voll auf den zeiger übrigens ich meine ok das ist nicht der einzige bin den sie angreifen ist klar wenn wir den freien händlern haben die ja kein beef so und dann sagen wir hier nochmal weiß ich jetzt und machen hier den kontor weg da 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 so hier würde ich vielleicht mal speichern und dann dich hier abreißen und dann könnte ich da vielleicht sogar noch einen platz hinbauen genau so gut also schiffsreparatur beendet du bist gerade repariert das heißt du kannst wieder auf gute gehen Soldaten sind ausgebildet das ist auch schön dann wirst du repariert so hier haben wir euch dann würde ich auch mal sagen speichern und dann kannst du mal du mal dran glauben bitte hier wir Das war's. So, dann will ich dich vielleicht mal rausziehen. So. 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 Dann würde ich eigentlich da unten mal wieder hinwollen. Eine Einheit wurde ausgewildert. So, und ich würde ganz gerne mal kurz speichern. Und die Feuerwehr muss dran glauben. Und die Siedler. Die Bürger. Und ein Siedler. So. So. Finden wir sonst noch was hier unten vielleicht noch. Okay, also der da auf jeden Fall, der geht auch wieder zurück. Der soll sich auch reparieren lassen. Und der hier lässt sich reparieren. So, und dann würde ich ganz gerne mal wieder speichern. Spielstand gespeichert. Da da. Und dann können die hier, hier rein, soweit es geht. So. Habe ich hier sonst noch irgendwelche? Nein. Perfekt. Das sind dann quasi meine einzigen Soldaten. Dann kann man dahin gehen. Dahin. Da würde ich vielleicht den Pier noch ein bisschen vergrößern. Zack, zack. 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 Von mir aus. Genau. Wunderbar. Okay. Ähm. Wie schaut's mit dem... Ah ja. Genau. Das war ja der eine. Okay. Und dann würde ich mal gucken da unten. Ich sag dir zu euch doch, haut mal ab. So, dann würde ich hier nochmal speichern. So, da sind erstaunlich viele Soldaten hier. Hier übrigens auch noch. So. Ach ja. Ihr. So, wir speichern nochmal. Spielstand gespeichert. Okay. Dann würde ich mit euch mal sagen. Wir greifen diese Mauer an. Da. 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 Spielstand gespeichert. So. Du bist fertig. Ein Schiff wurde repariert. Das ist gut. Dann kannst du jetzt nämlich nach da unten. auch diese Mauer anhalten. Ja, da kriegt jedes, jedes Schiff zu seinem Fett ab. Da. 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 Das war's. Eines eurer Schiffe wird angekämpfen.